Diese mickrigen Tomaten sind Aliens. Sie kommen aus dem Weltall, angebaut auf der ISS, einer Raumstation, wo normalerweise nichts wächst. Pflanzen brauchen Wasser, Licht und Schwerkraft, um zu wachsen. Der Anbau im Weltall ist also besonders schwer. Diese Experimente sind aber sehr wichtig. Falls die Astronauten es eines Tages auf den Mars schaffen, müssen sie ihr Essen selbst anbauen. Deswegen sind sie so froh über das Ergebnis.